Ja. Hallöchen, herzlich willkommen zur nächsten Runde DMZ, wieder mit Palando. Hallo! Hallo! Und dann sind wir hier auch schon am Flughafen und sehen zu, dass wir nach Al-Bagra kommen, weil da haben wir nämlich eine gemeinsame Mission. Wir müssen zwölf Depots plündern, dahinreisen und 30 Feinde töten. Das klingt doch easy. Wir sollten aber uns nicht auf das Gefecht hier einlassen, weil das war das letzte Mal eine Stunde um. Ja, das bringt uns nicht vorwärts. Ist hier irgendwo ein Boot? Nee, ne? Hatte ich jetzt eben gerade nicht geschaut, aber ich glaube nein, weil sonst wäre es mir jetzt schon ins Auge gesprungen. Ja, nee. Ich hätte gesagt, wir laufen hier quasi an der Küste lang und schwimmen dann ein Stückchen rüber und dann... Da bin ich voll dafür. Können wir mal hier hinter den Tower lang. Dann fahren wir nachher mit dem Fahrrad zum Ausgang, haben wir unseren Triathlon für heute auch erledigt. Ja, cool. So machen wir das. Oh, guck mal, hier ist schon mal ein Täschchen. Wenn wir den Tower da hochklettern könnten, ne? Ja. Ohne Geflugzeug. Bei dem letzten Mal waren irgendwelche Typen immer um die Flugzeuge. Wir könnten hier zumindest mal reingucken. Oh, hier. Nee, 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 da nicht rein, da sind blaue, blaue. Dann lass uns hier abhauen. Wir haben da hinten... Ich glaube ich nicht. Wir müssen bestimmt da hinten noch genug kämpfen, da brauchen wir nicht hier mit Demons. Direkt voraus auch Gegner? Ich hau hier unten am Strand ab. Ja, perfekt. Könnte von der Entfernung her reichen, weil rechts ist definitiv hinter diesem, äh, weiß nicht, Benzintanker oder was das sein soll. Ich schätze mal, dass Al-Bagraf-Botschwest auch nicht unbewacht ist, ne? Wenn man 30 Gegner da töten soll. Ja, die Frage... Achso, warte mal, jetzt muss ich... Mussten wir vorher noch irgendwas anderes machen oder nur die Gegner töten? Hinreisen, zwölf Depots plündern und 30 Feinde töten. Was zwölf Depots sind, das werden vielleicht irgendwelche Kisten, keine Ahnung, das werden wir dann sehen, wenn wir da sind, glaube ich. Ja. Das ist der Gegner? Ne. Ich dachte schon. Klöppel sind das. Ja. Ich hätte gesagt, von hier oben überspringen und dann... Könnte man vielleicht, weil schon wenn da geht. Ein bisschen, ja. Geht natürlich nicht. Bei mir geht's. Ich bin ein Obi-Wan. Also die Reise nach Abanglau habe ich schon erfolgreich abgeschlossen. Ja. Eine aufregende Reise. Gucken wir mal, dass wir hier die Gebäude angehen und dann schön vorsichtig uns hier durcharbeiten. Ich höre schon Stimmen. Oh, richtig. Dokumente? Ja, das sind die Dings, die wir plündern müssen. Oh. War das von der einen oder hast du noch mehr gesehen? Zwei Leute habe ich da gerade. Okay, also so eine Kiste, einfach so eine komischen Kisten plündern, das reicht schon. Oder war eine Menge Geld. Guck mal, dann bin ich... Ich bin dran vorbeigelaufen am Geld. Äh, das will ich nicht. Da liegt eine APK. Das will ich auch nicht. Die habe ich ja, deswegen. Hier liegt ein, äh, Dings, ein Arketenwerfer, wenn du den willst. Bin mir noch nicht so sicher. Oh, hier die LMS. Ich glaube, ich habe wieder ein Depot gefunden, sogar zwei. Hier ist noch eins. Oh, das ist eine Gasmaske, die nehme ich mal vorsorglich mit. Ja. Gehen zu OG. Seid schön vorsichtig. Immer. Geht mir zumindest Mühe. Schafschützenmonet, die muss ich mitnehmen. Das kann ich nicht liegen lassen. Verstehe ich. Oh, hier wäre Benzin. Das in so einem Gebäude. Ist ja auch lustig. Komik-Heft. Oh, du hast fast geplündelt. Im Kühlfall. Oh, okay. Du musst du irgendwelche Dinger hier erluden. Oh, hier war ich schon. Auch hier geht es schon raus. Ich glaube, wir sind mit dem Gebäude mehr oder weniger durch. Wieder Belebungskistole hier drin. Die ist dann aber anstatt des Koffers. Ja, ja, der ist auf Demolitionskiste, ja, genau. Ja, die würde ich, die würde ich, glaube ich, gerne noch aufheben wollen. Wollen wir erst mal ins nächste Gebäude rüber? Hm. Du bist ja schon drüben. Schnell. Habt ihr ja keiner mit? Geh nach oben. Komm mal auch hoch. Unten ist nichts weiter. Okay. Hier ist auch nichts. Aber hier war noch irgendwie eine Tür. Was noch? Ja. Ich bin mal nach ganz oben. Ich bin ein Gebäude weiter. Ja. Weiter Wein, jeweils 2500. Alter Falter. Da muss man noch ein Verkaufsbaubel. Das durch die Tür, durchs Fenster war ich. Was soll ich denn hier? Irgendwas für eine 600er Uhr. Geht's denn hier runter? Geht's hier irgendwo runter? Ist noch ein Kühlschrank? Sehr gut. Rote da draußen ist wer. Bei mir ist, ich hab jetzt die Tür schnell wieder zugemacht, in der Hoffnung, dass er es nicht gesehen hat. Okay. Ich komme in deine Richtung. Aber sozusagen, jetzt muss ich gucken, welche Richtung das ist. Ich bin gut einsortiert, kriege. Das ist alles abgesperrt, abgesperrt. Fahre sie in Richtung Küste von hier aus gesehen. Also in die Richtung Osten. Wir müssen ja ihr Gegner töten. Also wir brauchen ja noch 28 hier. Okay. Ja, dann sollten wir gucken, dass wir vielleicht beide dieselbe... Du bist schon draußen? Ja. Nur aus dem Fenster. Ultra 1, wir registrieren erhöhte Aktivität im Gebiet. Aufpassen. Wo hast du denn den erledigt? Wegen Zweitwaffe? Da drüben. Links von der Straße runter. Danke. Dann gucke ich, ob der vielleicht eine Waffe hat, die andere Moon. Ja, ich glaube eine Shotgun. Sehr schön. Wir brauchen noch die Gebäude. Ich gehe durch die Gebäude hier unten nochmal durch. Wir brauchen jetzt nur noch Gegner töten. Ach so haben wir schon genug geöffnet. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das hier vor mir ist irgendwie eine Festung. Kommen wir sofort. Ich höre hier die Gegner dann rumkrauchen. Hey, hey. Aber wahrscheinlich brauchst du einen Schlüssel, oder? Ich habe einen Schlüssel. Al-Bagra Untergrund. Schlüssel abgenutzt. Was war das? Warst du das? Eine Granate, die auf mich geworfen wurde. Wie gesagt, ich habe hier Gegner. Oh, hier bei mir ist auch Gegner. Töte ihn. Guck gerade, ob es nur einer ist. Ja. Tod. Ich wollte gerade hier zu dir hoch zukommen. Aber hier ist es ein bisschen kuddelmuddelig. Ich muss Treppe nehmen. Treppe. Oh ja. Komm. 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 So, wir haben 35. Wollen wir hier versuchen, die Festung aufzumachen? Ja. Was wäre das Gebäude hier bei mir? Hier ist eine Tür. Da haben sie schon durchgeguckt. Ich weiß nicht, ob sie hier aufgehen. Ne. Okay. Ich habe den falschen Schlüssel. Okay. Da müssen wir andere Gegner finden hier. Finden wir. Großer Töfteriff. Hier hinten kann man sich hochseilen. Wollen wir uns hier hochseilen? Feindliche Operator haben einen Waffenkoffer gesichert. Die Positionen sind auf der Taktikarte markiert. Irgendwo das Seil. Genau. Da hinter uns kommt ein Heli. Das sind Gegner. Komm her. Die holen wir uns. Verdammt. Ja, ich bin jetzt gerade hoch. Ja, dann springst du wieder runter mit dem falschen. Ja, ich gucke gerade in welche Richtung die sind. Stehe unter. Direkt im Beschutz. Bei dir alles okay? Link ist noch der weggelaufen. Jo, jo. Verdammt. Da ist bei dir erstmal irgendwo Schüsse. Ja, ja. Oh, hab ihn. Ja. Der war ja fies. Der hat die Festungsschlüsselkarte. Hast du noch Platz im Rucksack? Gesteigerte Aktivität im Gebiet. Halte die Augen offen. Dann lege ich jetzt die 600 Euro Uhr hier weg. Okay. So. Dann können wir jetzt die Festung machen tatsächlich. Ja, cool. Hubschrauber. Über uns. Ja, zählten die Gegner mit? 9 von 30, ja. Ach, den setzt er da oben ab. Direkt im Beschuss. Du bist bei mir, naja. Okay. Ja. Jo, jetzt kann ich sie öffnen. Wollen wir vorsichtig sein, weil die haben jetzt da oben auch die Vögel abgesetzt, oder wie ist der Plan? Nicht, dass die uns noch zusätzlich in den Rücken fallen, weißt du? Achso, hast du gerade eine Granate dahin gelegt? Eine Mine. Eine Mine? Okay. Ist schon auf, ach so? Okay, jetzt. Der Schildtyp kommt. Okay. Der ist hin. Was ist das? Ich weiß es auch noch nicht, so richtig. Hier wäre eine Shotgun. Lockwood. Die, die ich auch habe. Ich glaube, oben sind auch die Gegner. Also vorsichtig, nicht direkt alleine. Da ist wieder so ein Draht. Den kannst du ja entschärfen. Ja. Vorsicht, da sind Gegner. Aufstützen. Muss das angucken, das Ding genau, und dann mit F entschärfen. Hier eine erhöhte Aktivität im Gebiet. Aufpassen. Anate! 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 Von wo? Von der auch noch nicht. Hier ist noch Munition für SLMG. Nein, das ist geschlossen. Ich wollte meine Waffe vermeiden. Hast du die Schlüssel? Ja. Ich mache hier auf. Bist du hier? Ja. Ich mache die Tür hier auf. Ja. Ich höre links. Oben auf dem Dach, oder was? Wo sind die noch? Nee. Ich glaube, die sind oben die vom Dings abgelieferten. Die... Weißt du, was ich meine? Die vom Heli abgelieferten. Da oben war doch Heli. Nein, hier unten unten. Mittleretage. Das Ablegen von Geld in einem toten Briefkasten beschleunigt die Waffenerholung. Boah, das war wieder klar, dass ich hier noch die Gegner mit blauen Dingern treffe. Wir haben einen Waffenkoffer geworgen. Hab ihn? Bis haben wir denn jetzt eigentlich, wir brauchen 30, wir haben 17, wir brauchen noch 13. Ja. Und die Zeit rennt 10 Minuten, also wir müssen noch ein bisschen... Hier ist irgendwo grad was langgeflogen. Achso, das war der große. Du bist da hinten, okay. Ich glaube, wenn wir da hochgehen, wo jetzt das hochgeht, also wo wir uns vorhin haben hochfahren lassen... Das sei meinst du? ...dass da hochgegner sind. Hm, da sind Gegner, da war doch der Heli gelandet. Ich weiß bloß nicht, ob wir dann da... Ich werde hier drüben beschossen. Ja, stehe unter direkten Beschuss. Von hinten, von unten irgendwo. Ja. Aber wo denn? Hab ein. Was für eine geile Waffe. Oh. Nee, das fand ich kein nix. Das war doch grad ein Raketenwerfer, oder? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall brauchen wir noch echt Gegner und haben noch 10 Minuten. Ja. Ich laufe hinter dir her. Ja. Ich versuche ja irgendwo noch Gegner zu finden, aber... So war grad gehakelt. Ich glaub, du hast welche gefunden, oder? Ja. Oh, der Granate. Granate. Verblend Granate. Boah. Über dir kommt einer hin oben. Habe ich. Danke. Meinen habe ich tot. Noch 10 Stück. Hilfe. Tot. Ja. Bist du es unten oder oben? Oh. Ich habe ihn dauernd. Bei mir war auch ein blauer. Ja, bei mir auch. Noch einen höher? Panzerplatte? Habe ich nicht mehr. Äh... Bup, 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 bup. Warte. Dankeschön. Ja. Hast du nicht gesagt einen höher und bist dann runtergegangen? Äh, zwei Platten-Dings haben wir beide, ne? Ja, ja. Äh... Ich wollte nur gucken, wo hier noch was eventuell ist. Ich komme hinter dir hergelaufen, dass wir nicht zu weit auseinander sind. Vermehrte Aktivität bei deiner Position. Bleib wachsam. Heli? Das ist gut. Wir setzen jetzt Gegner ab vor uns. Ja. Ja. Müssen alle tot sein, oder? Äh, ich sehe nichts. Ich glaube, ja. Ja. Wie viel haben wir jetzt? Oh, wie viel Dings hier? Lüsse, die hier schmeißen. Ähm, wir haben 25. Oh, Schüsse? Ja. Oder? Ja. Ich gehe hier rein. Oh, hinter mir. Blaue Leute, ich brauche Hilfe. Ja, einen habe ich. Einen. Habe auch einen. Hinter dir war noch einer. Habe ich. Da hinten ist noch einer. Ja. Der ist nach rechts weggelaufen. Oh, was macht die? Oh, hier sind drei Stück. Ich komme in deine Richtung. Bleib in Deckung. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Wir haben die Missionen fast. Ja, ja. Ich muss... Lauf nicht so weit weg, bitte. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Ich muss nur gucken, wenn sie jetzt hinter dir herkommen. Der ist direkt hinter der Ecke einer. Ja, 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 ja. Vorsicht mit dem Feuer. Das ist voll fies. Ich habe keine Platten mehr. Hast du noch Platten? Ich brauche Munition übrigens. Ich schmeiße Munition hin. Munitionskiste abgelegt. Ja. Ich habe keine Platten. Sonst würde ich sie hinlegen. Das gibt es doch nicht. Oh, wo kommen die her? Warte. Ich habe nicht. Mission ist geschafft. Ich habe da zwei erschossen, aber sind immer noch so viele. Aber wir haben die Mission geschafft. Ja. Wo kommen wir hier raus? Oh nein. Vorsicht, Volli. Vorsicht. Ja, ich renne aus dem Rauch. Ich bin runtergeschlagen. Achso. Abgehauen. Mit Fallschirm. Ja, kommen wir hinterher. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier abhauen können. Wo ist denn der nächste Ausgang? Ganz weit weg. Decke entfernt. Gibt es hier irgendwo ein Heli? Da ist ein Boot. Da ist zumindest ein Fahrzeug, ein Auto. Lass uns doch hier das Boot nehmen. Was hältst du denn davon? Aber wie sollen wir dann von da aus zum Ausgang kommen? Den Fluss lang schwimmen hier rum. Da kann man direkt lang mit dem Boot. Okay, wenn du das siehst. Ich konnte es gerade schlechter erkennen. Die schießen auf uns. Keine Platten mehr. Nur noch viereinhalb Minuten. Das wird alles so eng. Bist du sicher, dass es mit dem Boot eine schlaue Idee ist? Welche findest du besser? Da vorne das Auto zu nehmen, was jetzt leicht nördlich von uns ist. Dann müssen wir einmal wieder an den ganzen Gegnern vorbei. Ja, okay. Das ist ein Argument. Dann können wir höchstens das darüber schwimmen und das Auto nehmen. Meinst du, mit dem Auto sind wir schneller, flexibler? Ne, ich glaube mit dem Boot, weil der Fluss geht direkt da hin. Aber da müssen wir auch erstmal hinkommen zu dem Boot. Ich schwimme jetzt. Und dann ist halt das Problem, wenn dann die Zone kommt, wie schnell bist du dann. Weil die Mission ist erledigt. Komme was wolle. Egal ob wir extrahieren. Das ist unser Plan. Du sagst das so einfach. Noch besser wären Helikopter, aber ich sehe hier in der Nähe jetzt keinen Helikopter. So, in 170 Metern ist schon mal ein Auto. Ja. Ich ignoriere jetzt auch alles an den Gegnern, weil wir haben echt keine Zeit mehr. Ja, das Problem ist, die ignorieren mich nicht. Aber ich auch nicht. Ja, ich versuche ja schon hier gerade hinzufallen. Das ist doch nicht so einfach. Ähm, ich brauche ich erst mal gerade aus. Und ungefähr da dann Richtung Nord. Jetzt rechts, 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 das andere, rechts. Ja, es war ein bisschen spät, die Ansage. Ich war ja schon. Hier unten ist ja das Boot. Achso, du wirst jetzt zum Boot? Okay, das wusste ich. Ich kannte den Plan nicht. Ich habe nur gesagt, wir fahren Boot. Okay, mit dem Auto zum Boot. Okay. Ist ja cool hier das untergegangene Boot. Mhm. Oh, jetzt leckt es aber bei mir gerade ein bisschen. Ja, bei mir auch. Komplett. Richtig rohklapp. Okay, dann liegt das aber am Server. Ja, das denke ich auch. An dem musst du noch vorbei an dem Boot. Also in dieser. Mhm. An dem Tanker, Frachter. Genau. Und dann kannst du theoretisch gucken, dass du, ups, das wollte ich nicht markieren. Richtung meinem Pfeil. Bisschen weiter links. Genau da. Oh ja, geil. Du machst eigentlich die Markierung weg. Also kannst du quasi jetzt an der Kiste lang halten. Kriegst hin, glaube ich. Und hier ist dann die Brücke, wo wir dann runterdurch müssen, sollen. Ich glaube, der Wasserweg ist sicherer als der Autoweg. Ich hoffe es. Werden wir sehen. Und dann quasi den Schluss. Welchen Ausgang wollen wir nehmen? Den oben in der Mitte? Ja, den oben in der Mitte hätte ich gesagt. Also den hier, ne? Ich setze, ich setze, ich setze einen Marker. Da ist die, also quasi die Tankanlage und. Wir haben noch halb Sprit. Reicht. Ja, ne? Gehe ich von aus. Ja, ja. Ich gucke gerade, ob der Sprit irgendwie signifikant nach unten geht. Aber das sollte. Oh, jetzt kommt gleich die Zone. Aber die Zone, selbst wenn sie kommt, ist ja der mittlere, wenn dann der vernünftigste noch, die man noch erreichen kann. Oh Mann, das wäre ja eine Runde hier. Ja. Das stimmt. Das ist ja von links. Ich werde hier drücken, beschissen. Ich wurde getroffen. Oh, das ist so geil ohne Dings. Ja, ja. Weil es direkt ins Herz geht. Genau. Den, den du jetzt gerade nimmst, der ist gut. Und dann ist es nicht mehr weit. Also theoretisch kannst du da links, wo ich dann, ne? Oder so. Ja. 100 Meter. Oh, Mist. Hier steht ein Qualm des Quad. Du weißt, was das bedeutet. Ja, ja. Das entweder, wer geht oder schon, wer gegangen ist. Ich laufe da trotzdem jetzt hoch. Rechts rum. Oh, die Zone kommt. Die Zone kommt. Und zwar gewaltig. Du rufst ihn? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, ich versuch's. Ich bin mir nötig, ob er noch kommt. Es kann sein, dass er nicht mehr kommt. Ach, scheiße. Jetzt ist die Zone aber da. Ja, geil. Begib dich zu einem anderen Evakuierungspunkt. Du wirst dich doch verarschen. Habe ich eine Gasmaske? Ja. Ich versuch's, das Quad zu holen. Lauf du schon mal weiter. Ja. Ich wollte eigentlich gucken, ob hier irgendwo noch ein Fahrzeug ist. Oh, treibst doch niedrig. Ich brech ins Essen. Scheiße. Oh ja, lad doch bitte nach. Wo muss ich hinlang? Äh, leicht links. Ich hab's markiert. Mach da hoch, ja, okay. Nach dem Weg. Ja, ich guck nach dem Weg. Das ist übrigens, glaub ich, wieder die Ecke, wo wir schon waren. Oh, und Benzin alle? Ja, dann raus. Äh. Vor uns ist es jetzt leider auch überhaupt kein Fahrzeug mehr. Achtung, Ultra 1, der feindliche Kampfhubschrauber ist unterwegs zu euch. Äh, auch das noch. Ultra 1, der Feind ist alarmiert. Vorsichtig vorgehen. Oh, natürlich kommst du eh nicht hoch. Na klar, natürlich. Bin down. Ich seh nicht, wo der Schütze herkommt. Oh, doch. Ja, ich auch. Äh, haben wir viel Dings? Wiederbelebungsgit? Nein. Nein. Ich weiß gar nicht, wo jetzt die Schüsse. Hinter dir. Das steht direkt neben dir. Ja, 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 ja. Habe ich nicht gesehen. Dich um. Schade. Das war schade, genau. Aber Mission erfüllt. Das stimmt. Ja, ein bisschen positiv. Ich hatte eine richtig geniale Waffe. Hab aber leider nicht, weil wir die ganze Zeit ja nur gerannt sind, geguckt, wie die hieß. Weil die wirklich gut war. Hab ich gesagt, die hat mir fast sogar noch besser gefallen als meine M4. Siehst du das nicht gleich an der Waffen-EP, wenn die Waffen-EP kommt? Das da kann ich nochmal gucken. Das stimmt. Müsste. Weil die habe ich noch nie gehabt. Da müsste es jetzt richtig hoch ratzeln, weil die war richtig gut. L-A-H-S-M-G. L-A-H-S-M-G. Das war DMZ für heute. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann auch gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.